Ich bin Torben Hermanns und ich will Menschen dabei helfen, sich in vielen verschiedenen Situationen souverän auszudrücken. Besonders am Herzen liegt mir, dass ich in meinen Workshops Möglichkeiten für nachhaltiges Lernen schaffe, durch Dialog, Gruppenreflexion und vor allen Dingen tatkräftige Mitarbeit. Im Moment arbeite ich meine Workshop-Konzepte im Detail aus, Gesprächsführung, Schlagfertigkeit, Konfliktmanagement, Kommunikation und Präsentation. Das Besondere meiner Geschäftsidee ist die Mischung aus verschiedenen Berufserfahrungen und Weiterbildung, dass ich meine Kommunikations- und Rhetoriktrainings auch für diejenigen optimieren will, die für Technik made in Germany stehen, die Fach- und Führungskräfte unseres technischen Mittelstandes. Was mich motiviert als Kommunikationstrainer zu arbeiten, ist die Arbeit mit und in Lerngruppen, die Erkenntnis, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Ich bin mir sicher, dass ich auch diejenigen abholen kann, die in ihrer bisherigen Ausbildung nichts über Kommunikation und Rhetorik gelernt haben. Meine Kunden werden sehen, dass gute Kommunikation keine Zauberei ist. Ich zeige die Regeln und Techniken, die jeder erlernen kann.